ja hallo Leute das ist jetzt mal kein Let's Play sondern ein Infovideo und zwar habe ich hier meinen eigenen Minecraft-Server jetzt gemacht und hier ist also bei IP-Adressen wenn ihr wollt könnt ihr ja drauf joinen also würde mich freuen ja das war im wirklichen Video seht ihr ja dann ja war nur wie gesagt nur ein kleines Infovideo ja dann bis zum nächsten Mal ciao